Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 17. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1025 und wie via Twitter gestern Abend angekündigt, heute ein bisschen später im Zeitpunkt. Ja, ich bin wieder im Büro. Heute mit den folgenden Themen. iPadOS 15, Mario Party Superstars, Tastentelefon 6850 5G und Windows 11. Ich beginne gleich mit iPadOS 15. Da gibt es erfreuliche, ob man das erfreulich nennen mag oder nicht, ist die andere Frage, Neuigkeiten zu iPadOS. Natürlich ist es erfreulich, die Dateien-App wird wieder mal ein bisschen aufgebohrt. Das ist ein Ding, was Apple in den letzten zwei Jahren doch ein bisschen aufgebohrt hat, aber noch sehr viel mehr aufbohren könnte, wenn sie dann möchten. Was wird ab Herbst möglich sein auf den iPads? Eurer Wahl. Ihr könnt mit dem Trackpad oder einer angebundenen Maus mehrere Objekte, Ordner, Dateien etc. auswählen, um die nachher zu kopieren. Das ging vorher natürlich schon über ein Auswählen oder ein Select All Button. Das Ganze macht es jetzt aber deutlich einfacher und auch simpler, wie man es vom Mac her gewohnt ist oder anderen Betriebssystemen. Und was endlich anscheinend auch kommen soll, ist eine Progress Bar. Das heisst, dass ihr seht, wenn ihr was am Kopieren seid und nicht nur auf dem Pfeil dieses kleine runde Kreischen, was ausgefüllt wird oder eben nicht. Das ist auch etwas, was sehr viel bemängelt wurde und auch von meiner Seite her sehr gewünscht wurde. Zusätzlich kommt noch die Unterstützung von NTFS-Dateisystemen dazu, dem Windows-Dateisystem. Auch wie unter macOS kann man die zwar lesen, aber nicht beschreiben. Also somit eine gute Erweiterung, die definitiv da Einzug erhält. Dann gibt es Neuigkeiten zu Mario Party Superstars. Das ist ein Nintendo Switch-Titel, der am 29. Oktober in die Verkäufe kommt. Digital wie auch analog. Das Ganze hat Nintendo an der, ach wie hieß sie jetzt nochmals, Nintendo Direct 2021 genau gezeigt, was rund um die E3 stattgefunden hat. Was ist da drin? Fünf klassische Spielbretter aus der Nintendo 64-Ära sowie 100 Minispiele. Ich werde euch dazu auf daily.tiktok.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens einen Link zu dem YouTube-Video, also dem Trailer dazu, online stellen. Viel Spass damit, würde ich doch mal sagen. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Hause Apple, die wahrscheinlich Apple sicherlich nicht direkt gestreut hat. Aber wir wissen es ja, immer wenn neue Geräte auf den Markt kommen, vorab müssen die logischerweise getestet werden. Und da sind Hersteller vielfach sehr, wie sagt man das, erfinderisch und machen da, ja, gewisse, ja, verstecken die Geräte irgendwie in Klötze und was weiß ich noch, was alles. Neu ist jetzt aufgetaucht, wie Apple das bei der Apple Watch Prototype oder bei Prototypen gemacht hat. Und die haben sie einfach in so kleine Gummigehäuse getan, die ausgeschaut hätten, haben, als hätten sie ein Tastenfeld, also wie so ein altes Feature-Phone. Und das Display war dann einfach eine Apple Watch. Finde ich witzig, wer das Video sehen möchte, auch das ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Weiter geht es mit einem Gerät, was AVM schon im September 2019 während der IFA vorgestellt hat und das ich und der Rachim damals sehr gefeiert haben. Also vor allem ich, wir haben ja 5G hier sehr fleissig. Und das scheint jetzt endlich auf den Markt zu kommen. Zumindest hat es AVM jetzt für den Sommer angekündigt. Die Fritzbox 6850 5G ist ein Modem, was mit 5G funktioniert. Das Gleiche, ich habe euch auf dem YouTube-Channel, auch das könnte ich verlinken, ein Video zu der 6850 LT-Version. Ein Modem, was hier schon seit, ja, was war es? November letzten Jahres fleissig seinen Dienst tut hier im Büro, mir eine zweite Leitung gibt. Und das kommt jetzt in der 5G-Version endlich auf den Markt. Genauere Daten, wie auch Preise sind noch nicht kommuniziert worden. Es schaut auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend aus. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich habe es schon getestet, aber ich muss mal nachfragen, ob ich das sagen darf. Genau. Weiter geht es mit Windows 11. Also, ich habe nicht gesagt, dass ich es schon getestet habe. Habe ich das? Ja, genau. Windows 11. Eigentlich wäre 24. Juni 2021 das Stichtag gewesen, an dem Microsoft eben genanntes Windows 11 hätte vorstellen wollen. Jetzt sind schon die ersten Screenshots durchgesickert. Wie immer halt vor so grossen Launches kann das mal passieren. Was sehen wir da? Die Menüstruktur oder die Taskbar ist zentriert worden. macOS lässt grüssen. Und der Startscreen hat mehr Möglichkeiten. Mehr Knöpfe, anders angereicherte Knöpfe und Widgets sind möglich etc. Ich bin ja sehr gespannt, wie Windows 11 werden wird. Ich war ja ein grosser Fan von Windows 8, habe Windows 10 immer, immer als sehr positiv empfunden, weil ich damit ein stabiles System hatte und auch immer noch habe und meine Freude damit habe. Jetzt bin ich gespannt, was sie mit Windows 11 da weitermachen und ob es mir nach wie vor weiterhin so gefallen wird. Alles andere sehen wir dann am nächsten Donnerstag. Wenn es genügend gibt, gibt es vielleicht eine Sonderfolge. Ansonsten kommt es einfach normal in die Tale mit rein. Und ja, bevor ich es vergesse, ich kündige es schon mal an. Normalerweise passiert ja nichts, aber heute Nachmittag wird meine erste Spritze sein. Seht mir nach, falls irgendwas passiert, wenn morgen keine Folge kommt. Ne, Scherz beiseite, da passiert ja nichts. Genau, ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Euch einen schönen Tag und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.